Willkommen zurück, meinem Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf meiner Range und die Sorge um Aussage läuft. Der hier braucht noch zwölf Minuten und ich glaube der andere ist schon fünf Minuten früher fertig, weil ich ja vergessen hatte, den hier rechtzeitig zu starten. Sieben Minuten. Funktioniert. Gut. Mein Plan sagt, nach Feld F kommen dann noch A, D und E. Genau. Und bis dahin muss alles fertig sein. So, was stand denn auf dem Plan für heute? Zettel. Ich habe hier zu viele Zettel. Dann gucken wir mal, wie es hier aussieht. Mischrationen ist klar. Kleidung? Kleidung? Moment. Wo sind die Klamotten? Da. April. Kleidung. Einkaufszentrum. Oh. Kriegt ihr das hin? Warte mal. Nein. Stopp. Halt mal an. Fahr mal wieder zurück. So. Lass den mal vorbei. Oder? Reicht das vom Abstand her? Ich probiere es mal. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Wo willst du jetzt hin? Wo willst du denn jetzt hin, Johnny? Wo willst du denn jetzt hin, Johnny? Hast du mitbekommen, dass du nicht runtergefahren hast? Was achten wir jetzt? Wie ist das? Warte mal. Ich gucke mir den mal an. Was ist jetzt dein... Ach, der will dieses kleine Stücke hier machen und kommt da nicht um die Kurve. Ja, ja. Du hast auch nicht runtergefahren. Stopp mal, Freundchen. Wie stellst du dir das vor? Warte mal, warte mal. Jetzt muss ich... Jetzt muss ich mal ganz schnell gucken. Du machst jetzt... den Weg. Jetzt hebt er hoch. Ach, jetzt setzt er hier wieder an. Okay. Hätte die andere denn das hier machen müssen? Ich bin gerade... dezent... verwirrt. Du bist auf dem falschen Weg, mein Freund. Du bist auf dem falschen Weg. Ach, dann war da hinten, der die Linie doppelt. Und dadurch, dass ich eingegriffen habe, hat er die alte Linie genommen. Ja. Weißt du, was das korrigieren war? Das muss ich jetzt korrigieren. So, weil hier hast du ja schon gesehen. Da musst du jetzt nicht hier noch mehr Zeit verschwenden. Wer fährt nämlich hier rum? Genau. Dann fährt er hier rum. Das ist halt. Dann hat er sich da... So. Und jetzt... hättest du... hier... Seht ihr das? Einmal biegt der hier ab. Und einmal fährt er geradeaus. Und der hat hier... nicht den Abbieger genommen, sondern ist geradeaus weitergefahren. Das heißt... Wir setzen jetzt hier an. Fahren hier rüber. Und biegen jetzt hier ab. So. Und jetzt bist du wieder richtig. Genau. Und wie hast du die letzte Runde? Alles klar. Und du, mein Freund... kriegst jetzt eine ganz besondere Aufgabe. Du bekommst jetzt eine ganz besondere Aufgabe. Und zwar wirst du jetzt... hier... die Klamotten nehmen. Halt. Olivenöl. Da. Kleidung. Auslagern. Und... Okay. Und... damit fahren wir jetzt zum Einkaufszentrum rüber. wir sind bei 9,6 millionen und ein wir sind bei 9,6 millionen da habe doch genug zeit mal zu gucken hat unser klemmbauschein fritze da andrehen will der fahrer ist angekommen bei kuhstall zwei futter dann können wir natürlich kuhstall machen will der kann noch mal eine runde drehen wir gucken mal so hier haben wir 100.000 drin 50.000 80.000 ok von der 1 kuhstall zwei futter wo ist der kuhstall zwei futter da du hast drei lagen aus kuhstall 1 warte futteranlage 1 15 30 60.000 machen so das sind mehr als 400.000 wieder hier auf der glaube ich zumindest doch sind mehr sind mehr das heißt schaut mal da oben bing 9,9 ja da sind sie zehn millionen das war's ich habe zehn millionen auf dem konto bei laufendem betrieb gut dann war's tschüss das war's ist natürlich noch lange nicht keine sorge der betrieb geht hier weiter aber ich habe das ziel erreicht aber ich habe wie gesagt die große erde die werde ich jetzt auch einfahren mindestens dort wird dann kommt machen wir weiter alles 22 ist halt ein spiel es macht mir spaß es ist entspannt und haben die petronas naja gut wusste gar nicht dass sie mittlerweile so aussehen haben die mittlerweile gleich große reifen nein ja gut ich gucke mir was auch genau so der ist fertig ja theoretisch könnte ich jetzt den haupt slot mit einem anderen spiel belegen in 37 slot täglich und den hier weiter nach hinten schieben sagen wir mal alle zwei tage laufen lassen nur dann bräuchte ich ein spiel halt was ich wirklich täglich auf so und bis dahin wie gesagt die saison jetzt das jahr das mache ich zu ende aber wir können ja mal einen blick reinwerfen so genau was machst du jetzt nichts wollten wir schweine noch verkaufen theoretisch wären das die die sind zu jung ne ansonsten gibt es keine gut du kriegst noch wasser und stroh deine milch wird gerade abgeholt so die aussaat läuft haben wir hier noch stroh drin 34.000 pass mal auf hol du mal bitte einmal futter futteranlage 1 reicht gar nicht die drei kannst du leer machen ja du machst mal futteranlage 3 leer holst einmal futter so und ich werde derweil einmal stroh reinschmeißen ich gebe dir mal stroh ich gebe dir mal stroh da da und jemand hat die arbeit beendet sehr gut ich bin gleich da ah fuck falscher trailer ja okay dieser muss ich aufpassen so da muss ich ganz genau gucken jetzt muss ich ganz genau gucken und stopp und stopp oder wie weit geht ja ab da gibt es probleme gut und noch mal fertig ok hat geklappt so stopp das war jetzt für die kühe das stroh ok wasser habt ihr noch dann kümmere ich mich erst mal um ihn hier du wirst jetzt feld a na klar feld a und d pass auf feld a kurs laden aussaat feld a erster wegpunkt let's go und dich schicke ich alleine auf feld d wir werden die mich beide gleichzeitig fertig so und klingeling erster wegpunkt feld d aussaat feld d und let's go ok notizzettel raus feld a feld d und wenn ihr damit fertig seid dann macht ihr feld e gemeinsam so noch ein blick auf meine lieblings werbetafel jetzt brauche ich noch eine freiwillige moin du machst milch ja 130.000 ok jetzt brauche ich einen trecker der ganz schnell düngt was machst du und die liegt mit zanken muss ich reparieren die zeit haben so stopp so wobei der sieht eigentlich ordentlich aus ach so das ist kein staub das ist die spiegelung hier vom boden doch kurz Und gib mir mal bitte den hier. Okay. Angekommen bei Feld D. Und der da hängt fest. Der ist nicht angekommen bei Feld A. Warum nicht? Doch bist du. Ach, ich habe vergessen den gelben Knopf zu drücken. Entschuldigung. So. Was könntet ihr euch denn als neues LS22 Projekt vorstellen? Ich würde ja mal eine neue Map reizen. Warte mal, wie viele Folgen sind wir jetzt? 794 Folgen. Die 800, die mache ich noch voll. Das wäre genau Monatsende, die 800. Folge. Am 31. jetzt. Das wäre, wenn ich bis dahin mit der Ernte durch bin, ein guter Abschluss für die, für dieses Projekt hier. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ich setze mir jetzt noch mal das Ziel, innerhalb der nächsten 6 Folgen bis zur Ernte zu kommen. Wird nicht klappen, ich weiß. So. Du wirst. Feld F. Kurs laden. 12 Minuten. Düngen. Erster Wegpunkt. Tralala. Habt Spaß. Okay. Ja. Ach, Walzen. Genau. Ich muss ja noch eine Walze klar machen. Sobald er gedüngt hat. Sobald er gedüngt hat, kriegt er die große Walze. Wo hatte ich ihn jetzt gerade gesehen gehabt? Da. So. So. Du wirst. Feld F. Walzen. Dreh mal bitte die Walzenstücke. So. Danke. So. So. Dein Job wird es sein. Zu Walzen. Du fährst nach Feld F. Und jetzt drücke ich den Punkt mit Absicht nicht. Du soll ja warten, dass der Düngerfeld ist. So. Läuft. Apropos laufen. Ähm. Wie viel Gülle haben wir hier noch? 130.000 Milch. 46.000 Gülle. Okay. Mit der Gülle ist ja fast fertig. Ich laufe mal schnell hier rüber und hole mal Wasser. Damit dort der rote Balken verschwindet. Hier. Ja Mist. So. Okay. Lypte. Ja. Seht ihr hier? Die beiden machen das schon. Wenn die beide fertig sind, dann können sie sich um das Feld kümmern. Das klappt. Stopp. Und I. genau du bist angekommen wartest bis er fertig ist und dann starten wir dich so jetzt wollte ich richtig ich wollte mal hier rein gucken hier sind 400.000 bist schon drin und du hast 589.000 überlegt mal das kleine silo hat ja nur 500.000 drin gehabt das heißt das kleine silo wäre jetzt schon voll lecker so wie sieht es bei dir aus hast du kein träger dass du mir das anzeigen kannst du drin hast ah hier schweinestall ist voll ja ach 2700 gülle dann ist ja gleich fertig warte mal wo ist mein gülle truck müsste der hier sein nein der drüben sind noch 2000 gülle hier sind 46.000 das heißt du wirst halt mal an du lieferst an die bga du lieferst an die bga 1 2 3 4 ok du lieferst an die bga holst aber nur noch von hier ja und hier sehr auch gleich fertig aber die passt ja 20 rein warte mal wenn du noch zweimal hast stopp dann lieferst du das mal an die 3 3 4 oder 4 3 dann lieferst du das mal an die 1 und danach schalte ich dich um und du lieferst die letzte ladung an die 2 ok gut dann ist es ein bisschen verteilt ja und in der nächsten folge morgen geht ihr damit aus hart weiter bis dahin sage ich danke fürs zuschauen danke für eure tüze kommentare macht's gut genießt den tag und vor allem see you later